Töten, töten, töten! Ok, tschüss. Ja. Mensch, komm, du bist so nüscht sie im Raum. Ich muss halt die Klappe! Ich muss deine Mutter wieder anschaffen gehen, wa? Gott sei Dank. Ich muss schnell auf! Yeah, yeah, yeah. Bettelbohle-Bashti. Gegen Schmock-Tü. Ich vermöbel Smock-Tü und gebe ihm eins an. Mit der Couch. Denn er ist faul und fett und somit eins mit der Couch. Er braucht in Sachen Hip-Hop nen Grundkurs. Punchline-technisch betrete ich Neuland so wie Christoph Kolumbus. Jetzt wird Smock-Tigler verlieren. Dieses Turnier zieht parallel zu seiner Schulzeit, denn er fliegt nach der vierten. Ich bin kein Smoke-Fan, okay? Ich bin nicht Raucher und blitzsauber. Mach ich den Sack zu wie am Ende eine Hoden-OP. Du bist so blöd und buchst ne Kegelbahn fürs Bowling. Da ich lebenslang zu dope bin, ist es nicht relevant, was Smoke bringt. In der Zwischenrunde warst du deletant noch elegant im Smoking. Doch gegen Basti ist hier nicht mehr dieser Elefanten-Smoking. Für Smok-T endet's tödlich, also knie du Loser. Ich bleib Chef und Profi-Battle-König. Selbst ein Beat-Producer ist ein Depp. Ich töte dich und deinen Bro Tommy Walker und man findet euch als Wasserleichen. Smoke on the Water. Smok-T sieht nicht nur aus wie ein Idiot. Wäre in seine Augen noch näher aneinander, wäre er ein Zyklop. Du wurdest im Vorfeld von mir manipuliert und jetzt wird deine Fresse so wie die von Manipuliert. Es gibt Leute, die sagen, da unten in Schwagen gibt es nen Rapper, den wollen sie nicht mal im Untergrund haben. Und mein Sohn ist nicht zu schlagen, weil dieser Smok-T nicht rhyme kann. Nach diesem Battle ist er Geschichte wie Ryan Dunn. Deine Freundin kriegt genug Stelle noch nicht vom Schelfisch genug. Immerhin haben dann ihre beiden liebe Paare denselben Geruch. So wie deine Fan-Poste an mich, wirst du mittels heftiger Rap-Technik überflogen. Deine Jungs haben Kontrolle über alle Straßen, aber sind in Wirklichkeit alle Schülerlotsen. Deine früh erprobten Texte bleiben, leider auf der Spreche wie überfahrene Tierkadaver. Ich rette deine Mutter genauso wie diesen Beat, doch wenn ich Doppeltimer ist, ist sie zu viel Palabra. Du machst so gerne Behindertenwitze, keiner lacht über deine Behindertenwitze. Aber du bist so ein minderbitteter Penner, über dich machen sogar die Behindertenwitze. Scheiße ist ein leistungsschwacher Style unfassbar. Meine Lieder laufen in allen umliegenden Haushalten wie Leitungswasser. Du willst so gerne mal auf die Titelseite, aber wegen dem Mangel an Talent, da bleibst unmachbar. Aber ich bringe dich auf Seite 1, wenn ich deine Fresse an eine Zeitung tackern. Da du das nicht überdacht hast, wieder ne kaputte Wohnung wird über dir einschneiden. Deine bescheuerten Freunde und du sind nach einer meiner Mutter da ins Haltweisen. Diese Verkatert den Eichleichen mit dir überlassen den Schaltkreisen. Sind keine Flugpassagiere, doch lassen sich nach diesem Battle hier einweisen. Es gibt Leute, die sagen, da unten in Schwagen gibt es nen Rapper, den wollen sie nicht mal im Untergrund haben. Und mein Sohn ist nicht zu schlagen, weil dieser smoke-typ nicht rhymen kann. Nach diesem Battle ist er Geschichte wie Ryan Dunn. Du ohne Bitch wirst losgeschickt zum Polenstrich und totgefickt. Ja, vielleicht lohnt es sich für'n Drogentrip, den Hosenschlitz zu öffnen. Das schlechte Promo für Smoke schon richtig Promo ist. Selbst wenn er vor meiner VBT-Logen sitzt, den Boden küsst, was logisch ist. Ohne Witz, das hier ist durch meine tadellosen Markenflow schon so geritzt. Doch ich verpasse dir den Gnadenstoß per Todesblick. Wann hat sich Obelix zuletzt selber den Po gewischt? Und hast du dir Cortison gespritzt? Oder woher kommt dein Mondgesicht? Klar, dass ich hier gewinne. Paradox war leicht zu packen. Aber meine quietsche Stimme ist es mit der ich dich auf diesem Beat bezwinge. Der kümmerliche Clown hat Glück, dass Basti fett ist. Denn so spart er sie für's nächste Battle in der RBA die dünnen Witze auf. Alles funktioniert nur über Technik. Das hier ist das vorgezogene Finale von diesem Battle. Tun sie das als die Unterlände dazu da ist, dass er alles am besten eine Battleboy hier im dämlichen Rapper zeigen könnte. Wie man mit Beleidigungen innerhalb von Double Tapersaschen werfen kann. Ohne dass dabei der Hörer vor lauter Langeweile einfach mal nebenbei so viel alter Schwachheit hat. Dann gehe sie weg. Nick!